Wenn du dein Babyboomer-Design noch ein wenig aufpeppen möchtest, zeige ich dir jetzt, wie einfach das geht. Zuerst streichst du das QuickBonder Grundiergel in einer dünnen Schicht auf deinen vorbereiteten und verlängerten Nagel auf. Das Grundiergel härtet schon nach 60 Sekunden im Dual UVA LED Lichthärtungsgerät aus. Danach überziehst du den Nagel mit dem Shellac Flexible Builder Nude Makeup und lässt wieder aushärten. Mit dem Shellac Ombre White Babyboomer und einem Ombre Sponge tupfst du anschließend über die Nagelspitze, so dass der gewünschte Farbverlauf entsteht. Lass erneut aushärten und trage das Brilliant Versiegelungsgel ohne Schwitzschicht auf. In dem feuchten Gel platzierst du dann etwas von dem Glitter aus dem Yolifin Laveni XL Display White Glam Glitter. Lass wieder aushärten und modelliere den Aufbau mit dem Fiberglas Gel Klar aus der Yolifin Laveni Serie. Nach erneutem Aushärten und Entfernen der Schwitzschicht feilst du den Aufbau in Form. Jetzt trägst du wieder eine dünne Schicht von dem Brilliant Versiegelungsgel ohne Schwitzschicht auf und lässt erneut aushärten. Lege danach das gewünschte Yolifin Trenntattoo Silber kurz ins Wasserbad. Sobald es sich von der Trägerfolie lösen lässt, überträgst du es auf den Nagel. Zum Schluss überziehst du den Nagel nochmals mit dem Brilliant Versiegelungsgel ohne Schwitzschicht und lässt ein letztes Mal aushärten. Wirst du deinen nächsten Babyboomer auch zum Lovely Babyboomer machen? Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Bis bald, deine Anna Pretty Nail Shop – Jedes Mal ein Päckchen Glück